Ja hallo herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Heute ein kleines Infovideo. Was heißt Infovideo? Ich will einfach was erzählen und wenn ich so Modelle teste, kommt immer halt so die Frage, was machst du mit den Modellen oder jetzt hast du wieder ein Modell wieder zu deiner Sammlung hinzugefügt. Klar, ich kann logischerweise nicht mit allen fliegen und einfach macht es einfach Spaß, das einfach zu dokumentieren, darüber was zu erzählen. Wie gesagt, ich bin nicht der perfekte Erzähler, das merkt ihr auch. Andere können das natürlich noch viel besser als ich. Und ja, einfach zu zeigen, weil ich mich selber fasziniert mich einfach und das einfach halt mit der Kamera zu dokumentieren und zu gucken, wie das Teil funktioniert, ob es einfach Sinn hat oder nicht oder ob es Quatsch ist. Ja, ihr könnt einfach zu gucken und ich mache es selber auch, wenn mich irgendwas interessiert, gucke ich mir das auch an und wie es funktioniert. Und das ist einfach, dass die Videos dazu dienen, dass ihr euch das anschauen könnt und euch entscheiden könnt, ist das was für mich oder ist das Schrott oder wie auch immer halt. Ich bin halt nur der Gelackmeiner, der dann diese Klamotten kauft halt und je nachdem halt die bewerten muss. Ja, wie gesagt, klar kann ich die Modelle mit den Modellen, die ich habe, natürlich nicht mehr mit allen fliegen oder eins oder andere Modelle schon mal länger im Schrank und dann wird es natürlich schon veräußert, das ist ganz klar. Und wie gesagt, ich wollte euch noch darauf aufmerksam machen, ich habe aktuell bei Ebay jetzt ein Modell eingestellt, diesen Trifan hier und den könnt ihr euch mit steigern. Ja, könnt ihr sogar mir vielleicht so ein bisschen helfen, weil ich wollte mir auch jetzt noch einen besseren Quadrocopter kaufen, weil die Pipop hat auch mit das Problem, dass er mit dem Akku da sehr sparsam ist, also die Akkukapazität ist ja groß, 4x5 Minuten kann ich fliegen und wollte ich mir gerne ein anderes Modell kaufen, wie gesagt, wenn ihr Bock einfach habt und mich da unterstützen wollt, könnt ihr eben auf das Modell steigern und klar, wie gesagt, wer am meisten drauf bietet, an den geht's. Okay, das ist nur eine kurze Info gewesen, wie gesagt, ihr könnt gerne noch Fragen und unterstellen. Okay, ich hoffe, ihr bleibt mir treu und jetzt kommt wieder ein neues Modell. Ciao! Ciao! Ciao!